Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu der wöchentlichen Schatzkammeröffnung und generell, was es so diesen Mittwoch, diese Woche, Neues zu tun gibt. Was haben wir für Bonusereignisse? Was gibt es zu holen? Also, wir beginnen erst einmal mit der Weltenseele. Und zwar könnt ihr diese Woche den nächsten halben Funken bekommen. Sprich, dann habt ihr den nächsten Funken. Dafür müsst ihr einfach nur die Meta-Quest annehmen. Das ist meistens diese Quest hier mit der Weltenseele. Und hier kann man sich dann was aussuchen. Ich gehe jetzt, glaube ich, für das Theater-Truppe-Event einfach. Da muss man einfach das Theater-Truppe-Event abschließen. Und anscheinend sogar auch Welt-Quests. Das ist interessant. Und hier ist halt immer dieser halbe Funke drin. Ja, garantiert. In der Kiste des Gipfels ist immer jede Woche ein halber Funke letztendlich drin. Dementsprechend ist diese Quest ganz wichtig zu machen, damit man immer direkt, sofort es geht, schnellstmöglichst ans Cap rankommt. Dann gibt es diese Woche das Zeitwanderungs-Event. Und zwar für Nordend, für WOTLK. Hier gibt es eine Schatztruhe der Neruba 597er Champion-Ausrüstung. Ist ganz gut. Könnt ihr auch gerne annehmen. Entweder hier bei der Frau, halt bei der Tante. Oder halt über den Abenteuerführer findet ihr das Ganze auch. Außerdem haben wir diese Woche das Bonus-Ereignis Haustierkämpfe wohl aktiv. Genau, das kann man machen, wenn man möchte. Aber bringt euch nicht so viel. Ist eher was für Sammler. Dann gibt es hier wieder diese Ruf-Quest. Kann man mitnehmen. Wunderbar. Einfach annehmen, dann ist gut. Und dann zu guter Letzt muss ich noch erwähnen, dass man in Nordend, im Dalaran Nordend, ich teleportiere mich da jetzt schnell hin, weil ich ja Magier bin, kann ich da schnell hingehen und euch das zeigen. Denn dort gibt es auch noch eine weitere Quest. Gut, da sind wir. Dalaran das violette Tor. Und hier gibt es nämlich eine Quest von der guten Zwergenfrau Störung entdeckt. Uldua. Dafür müsst ihr aber Uldua halt den Raid machen. Und hier gibt es eine Truhe mit zeitverzerrten Schätzen. Und ich meine, hier ist ein 610er-Item drin auf dem Hero-Track-Upgrade-Level-Niveau. Also dementsprechend auf bis zu 626 dann aufwertbar. Und das ist ganz gut. Das ist nicht so schwer. Dafür müsst ihr einfach nur letztendlich, glaube ich, Uldua clearen. Jogsaron töten auf Zeitwanderungsniveau halt. Dann könnt ihr euch hier quasi anmelden. Aber ihr braucht dafür natürlich ein Raid. Also einfach hier Schlachtzüge, beziehungsweise, glaube ich, klassisch. Genau Uldua. Ihr seht, die Leute hier gehen da ordentlich rein. Und gönnen sich da dementsprechend das 610er-Item. Was hier noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt so Tipp-Gruppen. Also quasi Trinkgeld geben für einen Skip, den der Gruppenleiter dort aktiviert. Also da werdet ihr wirklich dann schnellstmöglichst nur die Quest abschließen. Und ihr könnt gerne da ein bisschen Trinkgeld geben. Keine Ahnung, so 500.000 Gold. Als kleines Dankeschön, dass ihr euch da schnellstmöglichst zu Jogsaron bringt, damit ihr die Quest schnellstmöglichst finisht. Falls ihr keinen Bock habt, den ganzen Raid zu clearen. Uldua ist schon ziemlich riesig. Andererseits wiederum kann es sich natürlich lohnen, für manche Spieler trotzdem Uldua full clear zu machen. Weil wir hier Zeitwanderungs-Loot auch haben von den ganzen Bossen. 597er-Loot. Also selbes Item-Mövel-Niveau, wie wenn ihr den Palast der Neruba auf normal macht. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist wohl auch, dass in dieser Truhe seltene Reittiere drin sein können. Weil da steht es ja auch, ne? Und eine Chance auf weitere in Vergessenheit geratene Kuriositäten. Damit sind quasi alte Reittiere gemeint, die da auch drin sein können. Aber da braucht ihr halt Glück, ja? Das ist minimal die Chance. Aber zum Beispiel kann da, glaube ich, Mimiron's Kopf beispielsweise auch drin sein. Oder unbesiegbar. Und, und, und. Wie auch immer, das soll es gewesen sein von den wöchentlichen Sachen, die ihr machen könnt. Also neuen Funken gibt es. Und Zeitwanderungsevent machen. Wunderbar. Bisschen Gier abgreifen. Und jetzt wird die Schatzkammer geöffnet. Ich hoffe, ich habe richtig schöne Biss-Items drin. Weil letzte Woche war wirklich enttäuschend. Diese Woche wird hoffentlich besser. Sonst bin ich wirklich sehr, sehr traurig. Letzte Woche haben wir gefühlt 6 Uhr morgens geöffnet. Diese Woche erst 13.52 Uhr so rum. Und, ja, wir gehen rein. Aktuelles Item-Level haben wir 624,68 angelegt. 624,87 im Inventar. Und ich habe auch letzte Woche tatsächlich den Mythisch-Raid angefangen. Mit einer Random-Gruppe die ersten 3 mythisch gelegt. Immerhin. Und, ja, da habe ich sogar hier die, den Gürtel gelootet. Die Hände habe ich mir gegönnt. Wunderbar. Und ansonsten hoffe ich jetzt am besten auf das Arakara-Schmuckstück. Oder auf Kopf, Brust, Beine, T-Set. Oder den Hals vom dritten Boss vom Palast mythisch. Das wäre ein Träumchen oder vielleicht auch ein Umhang. Aber, ja, schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Let's go. Hoffen wir mal auf was Schönes. Auf ein schönes Biss-Items. Komm! Wir brauchen jetzt mal Glück. Uh, das sieht mir nicht wirklich nach Glück aus. Das ist doch schon wieder scheiße. Also, wir haben hier zwei Waffen. Einmal eine Einhand-Waffe-Dolch. Und halt eine Schildhand. Das ist krass. Dann haben wir einen Kopf mit Sockel. Hm. Ich glaube fast den Sockel oder den Kopf werde ich nehmen. Sogar unzerstörbar. Da spart man sich auch ein bisschen die Reppkosten. Sehr, sehr gut. Ansonsten hier oben, was haben wir hier? Ja, toll. Den Gürtel, den habe ich auch schon so bekommen. Mit Würfelglück bekommen. Im Mythischreit. Schade. Dann haben wir das Schmuckstück hier. Brauche ich nicht. Schrott. Auch das Schmuckstück. Schrott. Gut, und hier unten ist auch nichts Besonderes. Lebensraubrücken 616. Schultern mit nix. Und ein Trinket. Ja, gut. Also, hm. Ja, die Schatzkammer ist nicht so optimal. Aber ich glaube, ganz klare Wahl hier fällt auf den Kopf. Würde ich jetzt mal so. Einfach spontan behaupten. Ansonsten, was haben wir hier? Was kann man nochmal sockeln? Helme, Armscheen, Gürtel. Ja, guck mal. Dann spart man sich sogar den Sockel. Wenn man den direkt schon im Kopf drin hat. Also, da muss ich nicht mal simulieren. Das ist definitiv der Play. Klar, langfristig gesehen könnte man hier auch für eine Schildhahn oder Waffe gehen. Aber aktuell, ich habe ja mir schon eine krasse Waffe gecraftet. Die ist schon fast bis, nicht ganz bis, aber fast bis. Und dementsprechend, ja, wir gehen für den Kopf mit Sockel. Und unser Störber sogar. Schade, Vermeidung wäre natürlich noch besser gewesen, aber machst du nix. Immerhin ein offensichtliches Upgrade, was mir was bringt. Und, ähm, ja. War eine solide, gute Schatzkammer. Ist gut, nehmen wir mit. Geh mal rein. Wunderbar, was haben wir hier? Ah, ja. Und die nekronische Schneise auf elf. Mit, äh, Verschlingen, Verstärktücke des Herausforderers und Tyrannisch. Genau, wir haben diese Woche zum ersten Mal, glaube ich, den Afix Xalatavs Handel. Verschlingen von zwei bis elf aktiv in den M-Plus-Stufen. Und, ähm, Xalatav öffnet während des Kampfes Ritze, die die Essenz von Spielerkarkteren verschlingen. Das ist ein bisschen irreführend. Ihr müsst da im Prinzip immer was Dispellen. Und als Maja könnt ihr beispielsweise Fluchaufheben-Skillen. Und dann würde ich euch empfehlen, einfach immer euch selbst zu entfluchen, wenn das kommt. Und dann habt ihr diesen Afix perfekt gecountert, perfekt gespielt. Und, ähm, dann müsst ihr euch darum keine Sorgen mehr machen. Also, wenn ihr Dispellen könnt, egal welcher Dispell, Gift-Dispell, Krankheits-Dispell, Magie-Dispell oder Fluch-Dispell, Decurs, wie auch immer. Alles funktioniert dagegen, einfach mitnehmen und euch immer selbst einfach entfluchen, Dispellen, Decursen, whatever. Und dann ist gut. Ja, ansonsten, ähm, das war also mein Schatzkammer-Loot. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da, wenn ich mich freue. Schreibt mir auch gerne eure Schatzkammer-Belohnungen in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Glück wie ich. Also, war schon eine gute Schatzkammer eigentlich für mich persönlich. Ja, ein Kopf-Upgrade war ein Upgrade. Plus sogar noch ein Sockel drin, plus unzerstörbar. Also, ist schon ganz gut. Viel mehr kann man sich gar nicht wünschen. Und von dem her würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.